Hallo, heute ist das Türchen Nummer 21 in der Reihe. Die Karte heißt Optimieren und die Botschaft dahinter lautet Denk dich reich. Vielleicht siehst du im Bild jemanden mit roter Kappe, Sankt-Denkschraube. Hast du viele positive Gedanken oder zerdenkst du alles, was dir in den Sinn kommt? Der Vogel pickt sich die Rosinen heraus, das symbolisiert Freiheit, Leichtigkeit und Überblick. Fragen, die du dir stellen kannst? Nimmst du dir die Zeit, deine Gedanken auch mal anzuhalten und zu sehen, was dich nähert und was du besser ziehen lassen sollst? Nimmst du ab und an die Vogelperspektive als neuen Blick in die Beine? Der Blick auf das große Ganze lässt dich Zusammenhänge besser erkennen und optimale Entscheidungen treffen.